Seit dem Holocaust wurden nicht mehr so viele Jüdinnen und Juden an einem einzigen Tag getötet, wie an diesem 7. Oktober. Völlig überraschend und hinterhältig wurde Israel von der Terrororganisation Hamas überfallen. Seit Tagen gehen die Bilder der barbarischen Verbrechen der Hamas um die Welt. Frauen, Kinder, sogar Babys wurden auf bestialische Weise ermordet oder in den Gazastreifen verschleppt. Viele werden immer noch als Geiseln gehalten. Israel verteidigt sich zu Recht mit aller Macht. Droht jetzt ein Flächenbrand im Nahen Osten? Was muss Deutschland zum Schutz Israels tun? Und wie geht die Bundesregierung mit Hamas-Sympathisanten um? Drei Fragen, die Deutschland und die Welt bewegen. Und damit herzlich willkommen zum Welt-Talk mit diesen Gästen. Ich freue mich sehr, dass der israelische Botschafter in Deutschland, seine Exzellenz Ron Poser, sich trotz des Ausnahmezustands in seinem Land die Zeit für dieses Gespräch hat. Ich begrüße herzlich Anna Staroselsky, die Sprecherin des Deutsch-Jüdischen Vereins Werte-Initiative. Und außerdem ist Michael Roth bei uns zu Gast, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag von der SPD. Und natürlich hätten wir auch gerne einen Vertreter des Zentralrats der Muslime in Deutschland bei uns am Tisch gehabt. Doch leider hat keines der neuen Vorstandsmitglieder unsere Einladung angenommen. Herr Botschafter, Ihr Land leidet unvorstellbar unter den Attacken durch die Hamas. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen persönlich und wie es Ihrer Familie geht? Persönlich geht es mir gut, meine direkte Familie auch gut. Aber die Freunde, sehr viele Freunde sind nicht mehr mit uns. Ein sehr guter Freund, er mit seiner Frau und die drei Kinder wurden hingerichtet. Aber ich muss vielleicht einen Satz sagen, der unheimlich wichtig ist. Ich glaube, dass nichts, aber eigentlich nichts wie vorher wird in Israel sein. Ich hoffe, dass nichts wie vorher auch im Nahen Osten und auch in der Welt. Was jetzt passiert ist, ist so grausam. Ich habe gedacht, ob ich das als Wende, ob ich das als irgendwie Paradigmenwechsel mal so stelle. Aber ich glaube, dass es wirklich eine Zeitenwende ist in die Art und Weise, wie wir in Israel, wie man in Europa, wie man in der Welt mit Terroristen umgehen soll. Frau Starow-Selski, viele der jungen Menschen, die bei diesem Musikfestival in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen ermordet und entführt worden waren, in Ihrem Alter, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie diese Bilder dort gesehen haben? Also als erstes habe ich mich gefragt, ob da Menschen waren, die ich kannte. Ich habe auch Freunde kontaktiert. Und tatsächlich ist es leider so, dass in meinem engen Freundeskreis es Menschen gab, die dem Tod dort entkommen sind. Und ein Freund von mir hat erzählt, dass er die Amts geschafft hat, ins Auto zu flüchten. Eine kleine Freundesgruppe. Und die sind so schnell wie möglich, haben die versucht, davon zu kommen. Sie sind über Leichen gefahren. Sie haben Terroristen gesehen. Sie haben gesehen, wie die auf der Straße stehen. Und es ist ihnen auf wundersame Weise wirklich gelungen, dort zu entkommen. Aber es ist, das muss man sich vorstellen, vor allen Dingen als junger Mensch auch in Berlin zu leben. Wir kennen Partys, wir kennen Festivals. Wir wissen, wie das ist, einfach das Leben zu feiern. Und genau das haben diese jungen Menschen dort getan. Und genau das war der Grund, warum diese Hamas-Terroristen sie angegriffen haben und ermordet haben. Und dass so viele junge Menschen dort abgeschlachtet worden sind auf brutalste Art und Weise, das ist einfach ein Zivilisationsbruch, den es nicht zu beschreiben gibt. Herr Roth, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie erstmals von diesem Zivilisationsbruch, wie Frau Staroselski es nennt, erfahren haben? Ich muss sehr selbstkritisch sagen, dass ich es nicht ganz ernst genommen habe. Ich war gerade im hessischen Wahlkampf und wollte Brot backen. Und dann bekam ich von Ron Prosors Mitarbeiterin den Hinweis, der Botschafter möge ganz dringend mit mir telefonieren. Ich dachte mir erst, was ist da los? Und in der Vorbereitung dieses Telefonates, wir reden zwar regelmäßig miteinander, aber ich hatte den Eindruck, es ist besonders dringlich, informierte ich mich dann und ich war schier entsetzt. Ich dachte erst, es ist vielleicht eine weitere Intifada, an die wir uns ja leider auch in Europa gewöhnt haben. Aber nein, es ist, und Sie haben es ja eben auch angedeutet, der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Und das ist eine Zäsur, nicht nur für Israel, nicht nur für den Nahen Osten. Es ist auch eine Zäsur für uns in Europa und in Deutschland. Herr Prosor, die Meldungen, die uns jetzt immer aus dem Nahen Osten erreichen, die sind relativ unübersichtlich. Deshalb meine Frage, was können Sie uns heute über die militärische Lage sagen? Militärische Lage ist, dass wir jetzt mindestens unter Städten und Kibbutzien befreit haben. Es gibt Infiltrationen, die jetzt stattfinden. Gestern gab es ein Problem mit Hezbollah auf unserer Front. Aber jetzt schlägt Israel in Gaza ganz klar zurück. Und als wir jetzt sprechen, vor ein paar Minuten haben wir auch neben dem Flughafen in Damaskus wieder Waffenlieferungen aus Iran mit Raketen und Drohnen. Und die findet Tag und Nacht statt. Und es ist klar, dass Iran dahinter steckt. Aber die Verantwortung ist Hamas. Hamas ist Führung. Und zynischer Kalkül von Hamas. Es ist klar, dass sie überhaupt... Denen ist es egal, was die Bevölkerung denkt. Und Hamas und Hamas, irgendwie die Führung, bringt nur Leid und Armut zu ihrer eigenen Bevölkerung. Sie können also die Meldung bestätigen, dass Israel den Flughafen von Damaskus in Syrien gerade angreift in diesen Minuten? Neben. Also vor ein paar Minuten, die Antwort ist ja. Wir haben es auch in der Vergangenheit gemacht, ein paar Mal der Woche. Aber es zeigt, wie intensiv diese Waffenlieferung aus Iran zu Syrien und Lebanon. Und darum haben wir so viele Waffenraketen in der Gegend. Und darum muss unsere Reaktion gegenüber, was Hamas jetzt getan hat, so stark sein, dass alle in unserer Nachbarschaft fünfmal darüber nachdenken, wenn sie Israel wieder zurückreichen. Gehen Sie davon aus, dass die Bombardements auf syrischem Territorium noch ausgeweitet werden? Oder beschränkt sich das jetzt vor allen Dingen auf den Flughafen in Damaskus? Wir beschränken uns nur auf Dinge, die einen direkten Draht zu Israel haben. Das heißt, diese Raketen, diese Drohnen werden gegen Israel benutzt und wir gehen direkt auf diese Waffenlieferung. Aber das machen wir schon seit langem. Aber diese Intention, also sie kommen wieder und wieder und wieder. Und wir müssen, und ich glaube, das ist nicht nur wir, also ganz klar gegen diese Infrastruktur, der Terror und Raketen ganz klar und deutlich angreifen. Was uns alle beschäftigt, ist natürlich das Schicksal der Geiseln, die von der Hamas genommen wurden. Es sind ja auch Amerikaner, Deutsche darunter. Was können Sie uns sagen, welche Rolle spielen diese Geiseln bei der Planung des militärischen Vorgehens jetzt von Israel? Also sie werden es natürlich Hamas-Zynisch als Menschenschutz benutzen. Wie Sie sehen, sie machen keinen Unterschied. Also Juden, Christen, Moslems, also Geisen kommen aus China, aus Deutschland, Vereinten Staaten. Und leider muss ich sagen, dass sie wahrscheinlich die auch benutzen werden. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Sache mal angehen. Herr Roth, können Sie uns etwas über den Verbleib der deutschen Geiseln sagen? Haben Sie da Erkenntnisse? Und wenn ich Erkenntnisse hätte, würde ich darüber nicht reden. In einer solchen Situation, und unsere israelischen Freundinnen und Freunde wissen besser als wir, was das heißt, muss man mit dem Teufel reden, um Menschenleben zu retten. Und ich kann mich nur annäherungsweise in Menschen hineinversetzen, deren Angehörige entführt oder versteppt worden sind. Aber der Bundeskanzler hat heute ja auch nochmal im Deutschen Bundestag hervorgehoben, dass wir gemeinsam mit unseren israelischen Partnern alles dafür tun werden, um Menschenleben zu retten. Aber auch das hat Grenzen, das muss man sehr deutlich sagen. Weil ich befürchte, dass die Terrororganisation diese menschlichen Schutzschirme aufs Schändlichste missbrauchen wird, um die eigenen Interessen durchzusetzen und um noch einmal eine neue Periode des Schreckens, vor allem aber auch in Israel und in der ganzen Welt zu verbreiten. Herr Proser, Sie haben sich im Deutschen Bundestag, das haben Sie gerade angesprochen, auch gestern schon für die deutsche Solidarität bedankt. Gleichzeitig haben Sie Ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass diese Solidarität auch erhalten bleibt, wenn, und ich zitiere Sie da wörtlich, Sie auch andere Bilder sehen, wenn wir zurückschlagen. Auf was für Bilder muss sich die Weltöffentlichkeit denn einstellen? Wenn man natürlich zurückschlägt in einen Platz wie Gaza, ist es klar, dass Bilder rauskommen, die nicht angenehme Bilder sind. Aber ich möchte, dass alle, die uns zusehen, verstehen, dass Israel grundsätzlich versuchen wird, all diejenigen, die nicht direkt involviert sind, Unschuldige nicht zu treffen. Das ist nicht unser Sinn, so denken wir nicht, wir sind anders. Aber die Bilder werden grausame Bilder. Und die Verantwortung ist die Verantwortung von der Hamas-Führung. Sie wussten es, sie wussten, dass Israel zurückschlagen wird und die Welt muss mit uns sein und nicht vergessen. Die grausame Bilder und was in Israel passiert ist, was wirklich Samstag, der 7. Oktober wird als der dunkelste Tag in der jüdischen Geschichte hineingehen. Leider. Die Tatsache, dass wir diese Bilder sehen können, haben wir auch unseren Reportern zu verdanken, unseren Kriegsreportern. Einer davon ist Steffen Schwarzkopf. Und wir möchten jetzt einmal direkt nach Israel schalten, wo Steffen Schwarzkopf seit Tagen für uns die Situation beobachtet. Steffen, die Bodenoffensive Israels gegen die Hamas steht wohl bevor. Wie nimmst du nach diesen Tagen des Schocks nun die Stimmung und auch die Kampfmoral der Israelis wahr? Also ich habe den Eindruck, dass die Vorbereitungen da auf jeden Fall laufen und deutlich noch verstärkt werden. Wir haben ja die Tage zuvor berichtet über die Luftschläge. Was wir jetzt zeigen können, sind eben auch Offensivaktionen am Boden. Wir sind in der Nähe von Sterot momentan. Also das ist sozusagen am Nordostzipfel vom Gazastreifen. Ich würde sagen Luftlinie zum Gazastreifen. Das sind vielleicht vier, fünf Kilometer und hier sehen wir Panzer und wir sehen Haubitzen, die auch konstant feuern in Richtung Hamas-Stellung. Uns hat ein Armeesprecher jetzt hier vor kurzem gesagt, dass das nicht direkt Ziele im Gazastreifen sind, aber weitere Informationen wollte er dazu nicht geben. Wir können vielleicht noch etwas anderes einfangen, Jan Philipp, weil du mich gerade nach der Stimmung gefragt hast. Und das wollen wir gerade mal versuchen, indem wir hier die Straße runterschwenken. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen, dass Freiwillige unterwegs sind, um die Soldaten, um die Sicherheitskräfte aufzumuntern, ihnen vielleicht ein bisschen Mut, ein bisschen Hoffnung zu geben, ein bisschen andere Stimmung zu vermitteln. Es sind viele Freiwillige auf den Straßen unterwegs, die Lebensmittel beispielsweise auch an Soldaten verteilen, die Wasser verteilen. Die versuchen, die Armee zu unterstützen, wenn sie denn selbst nicht kämpfen. Aber wir sehen das ganz, ganz intensiv hier momentan entlang des Gazastreifens vom Nordosten, wo wir jetzt momentan sind, bis in den Süden hinunter, dass der Aufmarsch da weitergeht. Und sehr viele Anzeichen deuten darauf hin, dass diese Bodenoffensive bald beginnen wird. Wann, das vermögen wir natürlich nicht zu sagen. Steffen, wie empfindest du persönlich denn die Sicherheitslage jetzt in Israel im Moment? Welche Gefahr geht aus deiner Sicht noch von Hamas-Terroristen aus, die möglicherweise noch im Land sind? Also es hängt wirklich ganz davon ab, wo man ist. Wenn man in Tel Aviv ist, da hat man ein relatives Gefühl der Sicherheit, während hier gerade der Beschuss im Hintergrund wieder weitergeht. In Jerusalem ist es ähnlich, aber alles, was weiter südlich liegt, das ist eine, ich würde sagen, fast eklatante Sicherheitslage. Zum einen, weil der Raketenbeschuss weitergeht. Der hört nicht auf. Hier ist der Ort, wo wir jetzt sind, hat es heute wieder massiven Raketenbeschuss gegeben, zwei Schwerverletzte gegeben. Und es gibt weiterhin Verletzte auf israelischer Seite, weil die Raketen, die kommen weiter. Und ich muss noch eines sagen, vielleicht zu dem, was die Menschen hier gerade durchmachen. Wir hatten gestern die Möglichkeit gehabt, mit der israelischen Armee unterwegs zu sein im Kibbutz Beri. 112 Menschen wurden dort umgebracht, wurden dort massakriert. Kinder, Frauen wurden dort umgebracht. Wir waren in der Stadt oder in diesem Kibbutz und es sind immer noch Leichen, Leichen von Hamas-Kämpfern auf den Straßen. Also das zeigt, wie wirklich extrem diese Situation ist. Und das ist das, was die Menschen hier jeden Tag sehen, was sie im Fernsehen sehen, die Bilder, aber was sie auch von ihren Angehörigen hören. Jeder kennt hier jeden, der in irgendeiner Weise betroffen ist. Mehr als 1200 Tote. Und was das für eine extreme Belastung, eine persönliche, eine menschliche Belastung ist, das ist mit Worten eigentlich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Steffen, danke. Deine Augenzeugenberichte sind für uns besonders wertvoll, weil in diesen Tagen ja viele Fake News auch in den sozialen Netzwerken kursieren. Und deshalb von Herzen vielen Dank für deinen Einsatz. Alles Gute nach Israel. Ron Prosor, Sie haben vorhin gesagt, wir werden grausame Bilder sehen, wenn diese Bodenoffensive beginnt. US-Präsident Biden hat ihr Land gestern aufgefordert, beim militärischen Vorgehen gegen die Hamas die Regeln des internationalen Rechts einzuhalten. Ist die Sorge, die aus diesen Worten spricht, aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Die Sorge ist eine Sorge, die auch in Israel und in allen demokratischen Zivilisationen eigentlich eine legitime Sorge ist. Israel greift nicht gezielt Zivilisten an. Das haben wir nie getan, das werden wir auch nicht tun. Wir greifen die Infrastruktur von Hamas, diese Terrorinfrastruktur, die uns alle, diese Bilder, also wenn man jetzt mal versucht, das zu denken, was da passiert ist. Aber wir sprechen über Leute, Barbaren, die also schlagen Babys Köpfe ab, brennen Menschen in ihre eigenen Häuser. Sie töten und hinrichten Leute, also Babys mit Frauen und Verwaltigern, also Mutter und Frauen für ihre Kinder. Wir müssen so darauf reagieren, dass es nie wieder passiert. Und wie gesagt, wir werden versuchen, das auch im Rahmen einer demokratisch denkenden Nation. Aber die Verantwortung, und ich wiederhole es, die Verantwortung ist die Führung von Hamas, die das gewusst hat. Und wenn jetzt Opfer da sind, das muss die Hamas-Führung, die sind dafür verantwortlich. Herr Roth, teilen Sie die Befürchtung von US-Präsident Biden, dass möglicherweise internationales Recht nicht eingehalten werden könnte bei der bevorstehenden Bodenoffensive? Erst einmal habe ich großes Vertrauen in den einzigen demokratischen Rechtsstaat, den wir im Nahen Osten haben, und das ist Israel. Ich vertraue auch auf diejenigen, denen ich freundschaftlich verbunden bin in Israel, die selbst immer wieder die Stimme für Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung von Menschenrechten erheben. Alles hat seine Zeit, und ich finde, es ist jetzt nicht an der Zeit, zumindest aus Deutschland heraus, immer wieder an Israel zu appellieren, um damit auch ein gewisses Misstrauen gegenüber Israel auszudrücken, so als würde sich Israel weniger als Hamas, weniger als Iran, weniger als alle anderen an Menschenrechte und Demokratie halten. Ich habe mich heute auch wieder über die Europäische Union aufgeregt. Ich muss das einfach mal sagen. Wir haben gerade Deals gemacht mit zwei autoritären Regimen wie Aserbaidschan und Tunesien in Sachen Migration. Und einmal geht es um Energiebeziehungen. Da ist nicht einmal das Wort Menschenrechte, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit gesagt worden. Aber in einer der ersten Stellungnahmen des hohen Vertreters für Außensicherheitspolitik der Europäischen Union wurde Israel wieder ermahnt, zwingend doch die demokratischen und rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Regeln einzuhalten und das Völkerrecht zu achten. Ja, das mag ja richtig sein. Aber ich finde, jetzt verdient Israel nicht, dass wir die Stereotypen und die Klischees permanent wiederholen, sondern Israel verdient jetzt, dass wir deutlich machen, was heißt für uns Solidarität in Worten, aber auch in Taten. Und da ist mir das Ja in Deutschland zu Israel etwas zu leise und das Aber etwas zu laut. Herr Roth wirft gerade die Frage, auf was die Taten sein könnten, wenn von Solidarität die Rede ist. Frau Staroselsky, was würden Sie sich denn jetzt von der Bundesregierung erhoffen, welche Taten für Israel zum Schutz Israels? Also zunächst möchte ich sagen, dass ich sehr beeindruckt war von der heutigen Regierungserklärung und von dem überfraktionellen ganz klaren Beschluss, dass Deutschland an der Seite Israels steht und dass es auch bedeutet, dass Deutschland alles dafür tun wird, Israel zu unterstützen, dort, wo Hilfe benötigt wird, in enger Absprache mit Israel. Das ist wahnsinnig wichtig und ich bin sehr froh zu wissen, dass das ein Konsens ist. Und in dem Antrag, den der Bundestag beschlossen hat, sind auch schon viele wichtige Impulse festgeschrieben worden, wie beispielsweise Hamas als Terrororganisation anzuerkennen, Samidun auch das Betätigungsverbot zu erteilen. Und ich finde, dass das alles wichtig und richtig ist und die Frage ist, wie die Umsetzung aussehen wird. Dass klar ist, dass Israel das absolute Recht hat, sich zu verteidigen gegen den Terror, das muss auch weiter, wenn wir über Solidarität sprechen, eindeutig bleiben, auch gesellschaftlicher Konsens bleiben, unabhängig davon, was für Schreckensbilder man in den nächsten Tagen sehen wird. Denn, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass Hamas kein Interesse daran hat, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Sie haben kein Interesse an der Sicherheit von Palästinensern, weil sie benutzen die eigene Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung als Schutzschilder. Halten sie vor, sie schätzen nicht das Leben. Sie hassen Juden, das ist tief in der Ideologie mit verankert. Sie hassen den Westen. Und deswegen ist Israel, wenn sich jetzt verteidigt, verteidigt nicht nur Israel und Israelis, sondern Juden weltweit und auch unsere westlichen und demokratischen und freiheitlichen Werte. Herr Botschafter, wir haben jetzt viel über Solidarität gesprochen. Deutschland hat laut Medienberüchten angekündigt, zwei Heron-Kampfdrohnen zu liefern an Israel. Und Ihre Regierung hat um Schiffsmunition gebeten von Deutschland. Haben Sie als Sollte im Bundestag, waren da schon Signale erhalten, ob diese Munition geliefert wird? Erstmal, ich möchte ja so wirklich klar sagen, ich war jetzt im Bundestag, heute Morgen, die Regierungserklärung, aber nicht vom Kanzler, aber von allem im Haus, war echt, echt für uns Israel, für mich als Botschafter so klar. Aber diese Freundschaft, dieses Zusammensein war, und auch Dinge, die jetzt nicht nur Worte, sondern in die Tat umgesetzt werden. Deutschland auf alle Ebenen hat uns gesagt, dass sie bereit sind, Israel alle Hilfe zu geben. Wir befinden uns in den ersten Stufen damit. Aber ich muss wirklich das betonen, die Worte und auch die Taten, die Folgen waren sehr klar. Und ich möchte diese Fernsehsendung, um Herod persönlich zu danken, weil seine Stimme, seine klare Stimme ist nicht nur die echte Freundschaft gegenüber Israel und das Volk, das jüdische Volk, sondern genau, was Israel jetzt braucht, in Europa, in der Welt, eine klare Stimme, die mit uns ist und auch in der Zukunft mit uns steht. Danke. Herr Roth, Sie sind eine klare Stimme auch gewesen, wenn es um große Militärhilfen oder sind es noch immer für die Ukraine betrifft. Was kann, was muss Deutschland aus Ihrer persönlichen Sicht jetzt in dieser Situation ganz konkret militärisch auch für Israel tun? Erst einmal will ich den Botschaftern nochmal bestätigen, dass Israel ganz viele Freundinnen und Freunde hier in Deutschland hat. Natürlich können es immer noch mehr werden, aber wir sind uns da auch alle sehr verbunden. Was die militärische Unterstützung anbelangt, müssen wir doch mal eines offen und ehrlich sagen. Der wichtigste Sicherheitsgarant und Friedensgarant im Nahen Osten sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die seit vielen Jahren eine enge, verlässliche militärische Unterstützung für Israel entwickelt haben. Die israelische Armee ist aus guten Gründen eine der besten der Welt und sie wird jetzt auch weiterhin engagiert von den USA unterstützt. Deswegen bin ich auch dem amerikanischen Präsidenten sehr dankbar. Und der Bundeskanzler hat heute nochmal deutlich gemacht, wenn darüber hinaus etwas benötigt wird, stellen wir das zur Verfügung und helfen. Aber viel wichtiger... Aber deswegen einmal konkret nachgefragt, diese Schiffsmunition zum Beispiel, gibt es da schon eine Entscheidung, ob die an Israel geliefert wird? Ich habe den Bundeskanzler heute im Deutschen Bundestag so verstanden, dass alles, was in unseren Möglichkeiten steht, wir auch tun. Und gleichzeitig müssen wir ja auch noch unseren Verpflichtungen gegenüber der Ukraine nachkommen. Auch das ist eine Leistung, die nicht nur einem geschundenen Land dient, sondern die dem Frieden und der Sicherheit von uns allen dient. Der wichtigste Beitrag, den wir leisten können, ist, glaube ich, deutlich zu machen, warum Israel jetzt sich verteidigen muss und den Hamas-Terrorismus endgültig zerstören muss, die Infrastruktur zerstören muss. Ich habe den Eindruck, dass es in unserer Gesellschaft viele Sorgen und viele Fragen gibt und die müssen beantwortet werden. Damit wir nicht wieder in diese Situation hineingeraten, dass wir aus dem bequemen Sofa in Berlin heraus oder in Bad Hersfeld heraus den Israelis Ratschläge erteilen, die dort nicht als Ratschläge, sondern eher als Schläge verstanden wären. Herr Botschafter, Sie haben getwittert, hinter dem Terror der Hamas steht das Terrorregime in Teheran. Welche Belege haben Sie für eine direkte Beteiligung des Iran an den Attacken von vergangenen Wochen? Wir haben keine direkte Belege, da muss man auch das offen sagen. Aber denken Sie mal nach, kein Zufall, Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien, plötzlich, unprovokiert, einseitig, was Hamas getan hat. Also man muss kein Ph.D. haben, um diese Punkte zusammenzubringen. Iran ist ganz klar, und wir sehen es in unserer Nachbarschaft, sehr tätig, nur negativ versucht, alles, was gebaut ist, auch mit den Emiraten und den anderen zu zerstören. Aber verantwortlich für was jetzt getan worden ist, das wirklich in die Geschichte eingehen wird, ist Hamas. Hamas ist eine dschihadistische Ideologie, die wir jahrelang verharmlost haben. Da haben wir gesagt, ja, Ketten gerasselt, die meinen es nicht. Ja, Israel auslöschen, Juden zu töten, ermorden. Ja, nein, das, nein, jetzt haben wir gesehen, wir müssen Hamas, diejenigen, die verantworten, und diese Terrorinfrastruktur völlig, völlig zur Seite schieben. Sonst, sonst werden wir nie Frieden in dieser Region haben. Bleiben wir noch einen Moment beim Iran. Herr Roth, der Bundeskanzler hat heute Morgen in seiner Regierungserklärung gesagt, dass die Hamas ohne iranische Unterstützung nicht zu den Angriffen imstande gewesen wäre. Aber was folgt daraus nun jetzt konkret für die deutsche Außenpolitik? Die vergangenen Jahre waren in der Iran-Politik vor allem davon geprägt, den Iran davon abzuhalten, eine Atombombe zu entwickeln. Ich fürchte, dass der Iran nichts einhalten wird, was mal vertraglich verabredet war mit der Europäischen Union, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt auch schon viele Sanktionen. Dennoch, finde ich, müssen wir jetzt einen realistischeren Blick wagen. Das heißt, es muss deutlich werden, dieses Terrorregime ist nicht in der Lage, Verträge, Verabredungen verlässlich einzuhalten. Wir müssen die Sanktionen abermals verschärfen. Deutschland ist in Europa nach wie vor der wichtigste Handelspartner Irans. Auch da muss das eine oder andere auf den Prüfstand. Und wir müssen noch stärker die iranische Zivilgesellschaft unterstützen, die ja nun in diesen vergangenen Monaten sehr eindrucksvoll für Demokratie und Freiheit eingetreten ist. Also nicht alle Iranerinnen und Iraner sind Terroristen, überhaupt nicht. Aber an der Spitze dieses Staates steht ein Terrorregime. Ich halte es auch für richtig, dass der Bundestag endlich deutlich gemacht hat, die entsprechende Revolutionsgarde muss jetzt auf die Terrorliste der Europäischen Union gesetzt werden. Und ich hoffe, dass sich die Europäische Union jetzt auch endlich auf dieses Ziel verständigen wird. Das ist ein ganz wichtiges Signal, weil zum allerersten Mal die Teile einer staatlichen Armee zu einer Terrororganisation aufgestuft werden. Und ich finde, das ist auch etwas, was in Teheran gehört wird. Der Iran, wir haben über Syrien gesprochen, die Hisbollah im Libanon, sie alle eint das Ziel, Israel zu vernichten. Frau Staroselsky, wie groß ist Ihre Angst, dass sich das, was wir gerade erleben, zu einem Flächenbrand auswachsen könnte? Also die Sorge in der jüdischen Community, in der Diaspora ist riesig. Also man muss auch dazu sagen, dass viele Jüdinnen und Juden sich gefragt haben, wie das überhaupt passieren konnte, dass so viele Terroristen ins Landesinnere es geschafft haben und diese bestialische Ermordungen und Vergewaltigungen anrichten konnten. Und wenn ich mit Freunden spreche in Israel, auch gerade junge Menschen, die in die Armee eingezogen werden, die sagen, wir werden alles dafür tun, um Hamas zu erledigen. Und wir werden alles dafür tun, Israel stabil zu halten. Denn wenn, und das ist dieser klassische Satz, den man hört, wenn die Palästinenser und die Hamas, wenn die Terroristen ihre Waffen niederlegen, dann wird es Frieden geben. Wenn die Israelis aufhören, sich zu wehren, wird es kein Israel geben. Deswegen liegt alles jetzt daran, dass Israel sich verteidigt und, wie der Botschafter gesagt hat, auch in der Region ganz klar macht, dass Israel nie wieder angegriffen werden darf, weil das klare Konsequenzen haben wird und weil man es gegebenenfalls künftig bereuen wird. Gestern gab es Meldungen, dass es Angriffe aus dem Libanon Richtung Israel gab. Das hat sich dann als Fehlinformation herausgestellt. Deswegen sind wir froh, dass wir einen Reporter auch vor Ort haben im Libanon. Das ist Ibrahim Naber. Er ist für uns im Süd-Libanon gerade unterwegs. Ibrahim, du warst gestern oder gerade heute mit der Hisbollah unterwegs, konntest mit einem deutschsprachigen Mitglied der Terrororganisation sprechen. Was hast du über die konkreten Ziele der Hisbollah erfahren können? Ja, Jan Philipp, die Männer der Hisbollah, mit denen wir hier im Süden Libanons direkt an der Grenze zu Israel unterwegs waren, die sagen ganz klar, wir stehen an der Seite der Hamas. Es mag ideologisch ein paar Differenzen geben, aber man ist vereint, ihr habt es auch vorhin angesprochen, im Hass gegen Israel. Und man sagt das auch übrigens ganz offen in unsere Kamera, dass man ein Ende von Israel will, dass man die vernichten will. Und das eint die und das wird auch militärisch Konsequenzen haben. Und die Männer, die wir getroffen haben, die sagen auch, wir sind bereit zu kämpfen. Und auch das hattest du angesprochen. Es gab in den vergangenen Tagen schon Raketenangriffe hier aus dem Libanon Richtung Israel und gleichzeitig eben auch mehrere Luftschläge der israelischen Armee dann auf Stellungen der Hisbollah hier im Libanon. Für wie wahrscheinlich hältst du denn einen ausgewachsenen militärischen Angriff der Hisbollah auf Israel? Und das würde ja dann auch den Beginn eines Zwei-Fronten-Krieges bedeuten. Ich halte diese Bedrohung für sehr real. Wir müssen sie ernst nehmen. Ich habe diese Frage übrigens den Hisbollah-Anhängern gestellt. Ich habe sie gefragt, wie reagiert die Hisbollah, wenn es wirklich zu einer Bodenoffensive kommt durch die israelische Armee in Gaza. Und alle haben uns gesagt, das werden wir nicht unbeantwortet lassen. Wir werden Israel dann angreifen. Wie das genau aussieht, das werden wir dann wahrscheinlich eben vor Ort hier die nächsten Tage oder Wochen sehen, sollte es zu dieser Bodenoffensive kommen. Aber es wird eine Reaktion geben. Manche sagen, die Führung der Hisbollah schreckt vielleicht zurück, weil sie verlieren könnte, was sie sich hier aufgebaut hat an Macht, an Stellungen, an Strukturen. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, der Druck im Libanon ist extrem groß. Es gibt hier auch in den Camps Hunderttausende Palästinenser, auch Syrer. Wir haben so ein Camp besucht. Die sagen auch ganz offen, wir stehen an der Seite der Hamas und wir erwarten noch eine Reaktion der Hisbollah. Ibrahim, vielen Dank in den Südlibanon und bitte sei vorsichtig bei deiner Arbeit. Herr Roth, bleiben wir noch einen Moment jetzt dabei, wie Deutschland sich positioniert auf der Weltbühne. Uns allen ist in Erinnerung geblieben, wie vor etwas mehr als einem Jahr ihr Parteifreund und Bundeskanzler Olaf Scholz den Palästinenser-Führer Mahmoud Abbas im Kanzleramt empfangen hat. Dieser Besuch, der ist ja auch deshalb in Erinnerung geblieben, weil der Bundeskanzler auf die ungeheuerliche Aussage von Abbas, ich zitiere das nochmal, Israel habe 50 Holocausts gegen die Palästinenser verübt, nicht reagiert hat damals. War Deutschland gegenüber den Palästinensern taub und blind? Wir waren sicherlich nicht taub und blind, aber wir sind der naiven Hoffnung erlegen, dass wir mit Fatah, dass wir mit Herrn Abbas doch noch zu vernünftigen Lösungen kommen werden. Für mich hat Herr Abbas jegliche Glaubwürdigkeit verspielt, als er es nicht hinbekommen hat, diesen Terroranschlag, diesen Terrorkrieg gegen Israel zu verurteilen. Er hat sich nicht davon distanziert. Und das sage ich deshalb, weil es nach wie vor den Eindruck auch in Deutschland gibt, wir haben es mit einer ganz, ganz kleinen Terrororganisation in den palästinensischen Gebieten zu tun. Aber die große Mehrzahl der Palästinenserinnen und Palästinenser steht auf Seiten der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte. Das ist, so schlimm ist und so traurig das auch sein mag, nicht der Fall. Und Herr Abbas hat hier eine Chance verspielt, sich selber wieder als verantwortungsbewussten Politiker ins Spiel zurückzubringen. Und das ist tragisch, nicht nur für ihn selbst, das ist tragisch vor allem auch für die Bemühungen, die wir ja seit Jahrzehnten fahren, in dieser Region zu Frieden, Ausgleich und Versöhnung zu kommen. Und davon sind wir derzeit meilenweit entfernt. Wo Sie gerade diese Bemühungen ansprechen, es sind ja hunderte Millionen Euro an Steuergeldern, als Entwicklungshilfe deklariert, in die Palästinenser Gebiete geflossen. Und wir wissen inzwischen, dass ein beträchtlicher Teil davon veruntreut worden ist, für Terrorcamps, für Schulbücher, in denen zu Hass und Gewalt gegen Israel aufgerufen wurde, auch für die Willen von Hamas-Führern. Sollten oder müssen wir diese Gelder jetzt stoppen? Sie sind ja schon gestoppt worden. Wir führen im Übrigen schon seit vielen Jahren eine Kontroverse im Bundestag, auch zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Ich halte es nach wie vor für richtig, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen, denen Hamas, ich sag's mal sehr hart, scheißegal ist, Lebensmittel bekommen, eine medizinische Grundversorgung und sauberes Wasser. Dafür steht die humanitäre Hilfe ein. Aber ich kann schon verstehen, dass es viele Menschen nicht verstehen, dass Hamas mit Geldern aus Katar oder auch aus Iran Beton kauft, um Minutionslager anzulegen oder irgendwelche Tunnel. Und mit dem Geld der Entwicklungszusammenarbeit aus Europa und aus Deutschland Beton gekauft wird, um Schulen zu errichten. Natürlich ist, und das ist die Tragik, trägt das auch zur Stabilisierung eines Systems bei, was sich keinen Deut um die Zukunftschancen der eigenen Generation, der jungen Generation kümmert. Insofern sehe ich eine Fortsetzung der Entwicklungszusammenarbeit als sehr, sehr kritisch an, würde aber auch dringend dazu raten, dass wir uns hier in der Europäischen Union, auch gemeinsam mit unseren Partnern in der Welt, auf eine gemeinsame Position verständigen. Denn wir selber sind nicht stark genug, um da wirklich einen grundlegenden Wandel herbeizuführen. Wir brauchen dafür die enge internationale und europäische Zusammenarbeit. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat gestern im Deutschen Bundestag gesagt, dass sie die finanziellen Hilfen für rein humanitäre Zwecke, wie die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln, jetzt erst recht aufrechterhalten möchte. Können Sie das nachvollziehen oder fordern Sie, Herr Botschafter, einen Stopp auch dieser Zahlung von Deutschland? Herr Roth hat es sehr klar gemacht. Also humanitarische Hilfe, Nahrungsmittel, Wasser, das ist klar. Aber genau, also in diesem Punkt muss man genau kontrollieren, wo diese Finanzen, wo das Geld hingeht. Und es geht leider Teil davon, mindestens zur Terrorinfrastruktur der Hamas. Und auch im Bereich jetzt UNRWA, also zu Schulbüchern, die aufhetzen, also die Terroristen als Helden darstellen. Das darf nicht weitergehen. Und der Kanzler hat also heute, also im Bundestag gesagt zu Mahmoud Abbas, dein Schweigen ist beschämend, glaube ich, also wenn ich das richtig zitiere. Diese Tatsache, dass man auch das, das Grausame von Grausam, bestialische, barbarische, nicht verurteilen kann. Und übrigens, ich habe, vielleicht ist es, weil ich ein bisschen älter geworden bin, 65, 60 Jahre alt, ich habe diese Verurteile aus Ägypten nicht gehört, aus Jordanien. Und auch aus Katar nicht. Aus Katar nicht. Damit sind wir beim heutigen Tag. Und das ist unheimlich wichtig, also gut zuhören. Weil das ist beschämend. Also sie schämen sich und ihren eigenen Volk und überhaupt, also die Sache mit, als Zivilisation gegen diesen Barbaren. Aber noch ein letzter Punkt aus meiner Sicht, es hat uns auch zusammengebracht als Israelis. Juden, all diejenigen, die verstehen, dass wir miteinander stehen müssen, um wirklich in dieser Region, also auch in der Zukunft zu leben. Und dieses Zusammen, da bin ich sehr darauf, sehr optimistisch. Botschafter Prusa hat gerade angesprochen, die ganzen Länder, die eben diese Gräueltaten, diese Barbarie gegen Israel nicht verurteilt haben. Katar gehört dazu, wie der Zufall es will. Ausgerechnet heute empfängt der Bundeskanzler den Emir von Katar im Kanzleramt, aber durchaus freundlich bei der Begrüßung. Also der Kanzler, er hat gelächelt. Und gerade gestern wurden in Katars Hauptstadt Doha auf das Nationalmuseum sowie auf das Islamische Museum die Farben Palästinas projiziert. Und die Schwester des Emirs von Katar schrieb dazu auf Instagram, Oh Allah, wir vertrauen dir Palästina und sein Volk an. Herr Roth, muss Deutschland sich nicht irgendwann entscheiden, auf welcher Seite es eigentlich steht? Ist das noch okay, dass wir den Emir von Katar mit großen Ehren hier empfangen? Aber gerade weil wir an der Seite Israels stehen, ist es wichtig, dass wir mit diesen Menschen, mit diesen politisch Verantwortlichen sprechen, um ihnen sehr deutlich zu sagen, was ihre Pro-Hamas-Politik für Folgen und für Konsequenzen mit sich bringt. Ich bin dem Kanzler dankbar, dass er eben sich nicht nur mit Freundinnen und Freunden an den Tisch setzt, sondern eben auch mit Menschen, die derzeit auf einem völlig anderen Planeten stehen. Und es ist richtig, Katar hat Hamas finanziell unterstützt, genauso wie Iran militärisch Hamas unterstützt hat. Und die Krisendiplomatie der Vereinigten Staaten von Amerika, Blinken ist ja auch in der Region, verstehe ich jetzt, sich auch, ich sag's mal etwas, vielleicht etwas überzogen, man muss sich in dieser Situation auch mit den Teufeln an einen Tisch setzen, um Schlimmeres zu verhindern. Ist nicht ein Teil der Wahrheit auch, dass die Teufel auf dem Gas sitzen, das Deutschland gerade dringend braucht? Das ist eine andere Tragik. Deswegen haben wir ja auch entschieden, dass wir uns nie wieder, nach den dramatisch schlechten Erfahrungen mit Russland, vom dortigen Terrorregime, dass wir uns nie wieder abhängig machen von einem Land, sondern dass wir auf Vielfalt in der Energieversorgung setzen. Und auch wenn wir mit einem Land wie zum Beispiel mit Aserbaidschan die Energiebeziehungen einstellen müssten, wäre das keine Katastrophe für uns. Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit in der Energieversorgung gelernt. Wenn Sie sagen, es ist keine Katastrophe, wären Sie dann dafür, die Gaslieferung oder diesen Deal direkt aufzukündigen, den wir mit Katar geschlossen haben? Es gibt ja erste Stimmen im Bundestag, die genau das fordern. Na, erstmal bin ich dafür, dass Katar unverzüglich seine finanzielle und organisatorische und militärische Unterstützung der Hamas einstellt. Das ist das Wichtigste. Und ich gehe fest davon aus, dass alle Gespräche, die der Bundeskanzler derzeit führt, auch mit den israelischen Freundinnen und Freunden abgestimmt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Gespräche führen, ohne dass unsere israelischen Partner sagen, ja, das ist okay, helft uns dabei, diesen Flächenbrand, der ja von Ihnen auch beschrieben wurde, Herr Burkhardt, zu verhindern. Herr Botschafter, würden Sie es befürworten, dass Deutschland keine Energiegeschäfte mehr mit Katar macht? Wäre das eine logische Konsequenz, mehr als nur ein Symbol? Wie Herr Roth gesagt hat, wir haben einen direkten Draht zur Bundesregierung und wir sprechen miteinander über all diese Sachen. Wenn Sie mir gestatten, dann werden diese Gespräche auch, also nicht gerade in den Medien, aber diese Gespräche finden statt. Und alles, was wir zu sagen haben, sagen wir, wie wir Ratschläge aus anderen nicht so gerne haben, dann werden sie auch anderen nicht Ratschläge wie eigene innere Politik geben. Frau Staroselsky, die Terrororganisation Hamas hat für morgen, Freitag, den 13. Oktober, zu einer globalen Gewaltwelle gegen Juden aufgerufen. Wie groß ist Ihre Angst als Jüdin in Deutschland? Also wir haben schon teilweise gesehen, was es für ein Gewaltpotenzial in Deutschland, auf deutschen Straßen gibt, dass Leute bereit sind, Jüdinnen und Juden anzugreifen, Menschen anzugreifen, die Israel-solidarisch sind. Und wenn jetzt sogar explizit aufgerufen wird, eine Mobilisierung gegen jüdische Gemeinden, gegen jüdische Personen. Also es geht ein Raunen durch die jüdischen Gemeinden. Viele fragen sich, ob sie ihre Kinder in die jüdischen Kitas schicken, ob sie in jüdische Institutionen zur Arbeit erscheinen, ob sie überhaupt auf die Straße gehen, ob sie abgesichert sind, schauen sich um in ihrem Umfeld. Also man muss ganz klar verstehen, dass das, was gerade in Israel passiert und diese Blutlust, Juden zu ermorden, das ist etwas, was Jüdinnen und Juden überall auf der Welt spüren und wovor wir auch als Werteinitiative schon immer gewarnt haben. Wir haben gewarnt, dass dieser Antisemitismus, der auch israelbezogene Antisemitismus, eine ganz konkrete Gefahr für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden auch in Deutschland ist. Und ich hoffe nur, dass die Sicherheitskräfte in der Lage sind, Jüdinnen und Juden morgen wirklich zu schützen. Herr Roth, was ist Ihr Gefühl? Sind die Sicherheitskräfte in der Lage? Also Frau Staroselski hat ja gerade schon ein paar Beispiele angesprochen. Es gibt Menschen, die ihre Kinder morgen nicht mehr in die Kitas bringen. Der Fußballverein der jüdische Tusmakabi Berlin hat den Spiel- und Trainingsbetrieb schon eingestellt, weil sie die Sicherheit der Sportler nicht mehr gewährleistet sieht. Ist Deutschland Herr der Lage? Das ist alles, das ist das, was mich am meisten erschüttert und es auch deutlich macht, warum diese Welt den Staat Israel braucht. Und warum diese Welt einen Staat Israel braucht, der das Versprechen wieder mit Leben zu füllen vermag. Hier seid ihr sicher. Offenkundig, und das ist für Deutschland ganz schrecklich und für viele andere eigentlich auch, Offenkundig gelingt es uns kaum noch, Jüdinnen und Juden, Menschen jüdischen Glaubens so zu schützen, wie es unsere Aufgabe und Verpflichtung wäre. Wir tun unser Bestes, aber die Saat des Israel-Hasses, die Saat der Israel-Verachtung und des Ent-Antisemitismus ist leider auch in Teilen unserer Gesellschaft aufgegangen. Das ist nicht nur ein Phänomen bei Rechtsnationalisten und Rechtsextremen, der Antisemitismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, er ist in Teilen der Linken vorhanden, ist Teil einer Dekolonisierungsdebatte geworden und er ist natürlich auch in bestimmten islamischen Kreisen selbstverständlich. Und ich hoffe, dass es uns in Deutschland gelingt, daraus zu lernen und zu einem friedvollen und respektvollen Miteinander zu kommen, sodass ich mir nach wie vor ein Deutschland wünsche, in dem jüdische Einrichtungen nicht mehr so bewacht werden müssen, wie das derzeit leider aus guten Gründen der Fall ist. Weil Sie gerade die islamischen Kreise angesprochen haben, Frau Storoselski, was haben die Bilder in Ihnen ausgelöst? Und auch die Frage an den Botschafter, als hier in Neukölln dem Augenschein nach arabischstämmige junge Männer die Attacken gegen Israel gefeiert haben auf offener Straße. Also zum einen ist es entsetzlich, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich so wohlfühlen, auf offenen Straßen Massenmord an Juden zu zelebrieren und öffentlich auch noch aufrufen, kommt vorbei, wir verteilen Süßigkeiten, wir freuen uns. Das ist absoluter Schrecken. Was ich auch unfassbar bedauerlich und entsetzlich fand, war, dass der Bundeskanzler im Interview mit der Tagesschau auch gesagt hat oder appelliert hat, dass die Gesellschaft Jüdinnen und Juden schützt. Wir sind jetzt also in einem Zustand angelangt, wo nicht nur die Sicherheitskräfte, sondern wo die Zivilgesellschaft und wo die Menschen wirklich Jüdinnen und Juden schützen müssen. Also ich finde, dass da wirklich massive Fehler in der Politik begangen worden sind, dass man viel zu lange gewartet hat, um beispielsweise Samidun, diese Terror-Versteher-Organisation zu verbieten, dass man Antisemitismus aus der muslimischen Community viele Jahre nicht ernst genommen hat. Man hat gesagt, es sei rassistisch, das zu thematisieren. Ich will auch nicht mehr hören, dass Leute auf der Straße Free Palestine rufen und viele meiner jüdischen Freundinnen und Freunde, egal was sie auf Social Media posten, die kriegen massenhaft Nachrichten, Anfeindungen, unabhängig davon, ob das gerade irgendwas mit Israel zu tun hat oder nicht. Wir sind in einem Zustand, wo Jüdinnen und Juden wirklich nicht sicher sind in Deutschland. Sie haben jetzt gerade die Ankündigung angesprochen des Bundeskanzlers heute, diese Hamas-Vorfeld-Organisation Samidun zu verbieten. Herr Prosor, reicht das aus? Es ist der Anfang. Ich war übrigens das letzte Mal mit dem Bürgermeister von Neukölln, also ich glaube vor ein paar Monaten, nachdem sie also demonstriert haben, Tod zum Juden, Tod zu Israel und also, ich habe gesagt, was? Auf die Straßenbilder? Sie waren in Neukölln? Ich war in Neukölln, also in der Sonnenallee, ganz klar, mit dem Bürgermeister und die sind ein echter, trojanischer Pferd der deutschen Demokratie. Sie missbrauchen diese Demokratie und in dieser Hinsicht ist es klar, dass jetzt man anders handeln muss. Es muss strafbar sein. Es ist nicht genug, dass unter Anführungszeichen, sei es Meinungsfreiheit, ja oder nein. Wenn ich das sage, muss das Gesetz irgendwie geändert werden, damit das Gericht das nicht aus dem Fenster rauswirft. Das muss so geschrieben werden, dass das strafbar ist. Aber die Tatsache, dass so viele auf deutschem Boden, also wenn die Chuzpe haben, also antisemitisch mit alles, was sie aus dem, das muss man echt mal direkt mal sagen, also dieser Hass, Gewalt und die Aufhetzung und Hetzung, die auf die Straßen, dann werden auch die anderen, wenn man das nicht strafbar macht, werden sie stärker. Da bin ich sehr, sehr froh, dass jetzt wirklich klare Worte und Taten mit Samidun gemacht werden. Und gleichzeitig fordern Sie eine Gesetzesänderung, um das noch zu verschärfen. Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger teilt übrigens ihre Analyse. Er hat gestern vor dem Hintergrund von Jubel über den Hamas-Angriff die deutsche Asylpolitik kritisiert. Ich zitiere ihn mal wörtlich. Er sagte, es war ein schwerer Fehler, so viele Menschen völlig verschiedener Kulturen, Religionen und Überzeugungen hereinzulassen, weil es Interessengruppen hervorbringt in den Ländern. Das hat Henry Kissinger im Exklusivinterview mit unserem Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner gesagt. Herr Roth, teilen Sie diesen Befund? Nein, ich teile diesen Befund nicht, weil das Asylrecht sich nicht an einer Glaubensrichtung, an einer ethnischen Herkunft bemisst, sondern nur an der Frage, hat jemand politisches Asyl, weil er verfolgt wird, verdient. Wo aber das Problem liegt, ist, dass es uns offenkundig in Deutschland nicht gelungen ist, ein Klima zu schaffen, wo wir ohne Angst verschieden sein können, wo wir flitig und respektvoll zusammenleben können. Wo einige meinen, sie könnten aus ihrer religiösen oder ethnischen Identität heraus anderen das Existenzrecht absprechen. Und das ist eine schwerende Wunde, die nicht nur mich schmerzt. Und ich hoffe, dass wir es schaffen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung, mit Härte, mit Konsequenz, aber auch mit notwendigen Reformen, dieses Land so zu erneuern, dass alle Menschen, unabhängig von der Frage, an wen sie glauben, wen sie lieben und woher sie kommen, in Frieden und in Respekt zusammenleben können. Diesen Traum möchte ich nicht aufgeben, nur weil Terroristen etwas Furchtbares angestellt haben. Wir sind leider schon am Ende unserer Senderzeit angekommen. Deswegen bleibt mir nur, Ihnen für dieses gute Gespräch zu danken und Ihnen, Botschafter, Herr Poser von Herzen, alles Gute für Ihr Land zu wünschen. Danke schön. Und Ihnen, verehrte Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei uns. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017